Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Story Cybersleuth. Wir wollen jetzt zur Unterführung gehen, um nach Roppongi zu kommen. Um dort wiederum Yuko zu helfen. Wir hoffen mal, dass sie da ist. Mal sehen, ich werde vielleicht mal Dich rausnehmen und Dich reinnehmen. Nein. Wow, hier ist ein Dich. Es ist so großartig... Es ist das Stil. Es ist ein Dich. Wow, das war schon hier. Das macht sich nicht so weit. Was ist denn noch etwas? ... Der der Auslösning-Geräusch war der Digital Wave-Bestag. Es wird nur der Digimon-Geräusch und Eater-Bestag. Ok! Ich bin jetzt hier, wenn ich mich vor dir, dann bin ich mich noch nicht so weitermachen! Ich bin es so weitermachen! Ich bin es so weitermachen! Ich bin es denn mit einem Verlustagier-Geräusch? Oh ja? Das war es so weitermachen. Das ist es so weitermachen. 10 Kilogramm? N-Tonikakun, ich kann nur noch頑ig sein! Loll Wow So, links oder rechts? Ich geh auch mal rechts dann Okay, hier gehts nicht weiter Aber dafür kann ich auf der anderen Seite nochmal rechts rum Und jetzt werde ich sie natürlich auch machen Was will denn denn nochmal alles mitnehmen? Und weg bist du Und weg Ich habe einen Wettbewerb. Ich habe einen Wettbewerb. Oh nein! Uäh! Scheißhaufen! Beworben! Oh, die letzte Malung! Nope! Oh nein! Achso, ich sollte vielleicht mal speichern. Ich hab schon eh wenig mehr gespeichert. Jägeräusche Oh nein! Das war's für heute. Ja, aber... Ja, das ist gut! Und jetzt, wenn ich jetzt die Daten- Was von Ihnen gehört? Es gibt eine andere Dejiweiss, die ein einfaches Dejiweiss. Wie ist denn das für die Schreise? Was ist denn das für die Schreise? Wie ist denn das für die Schreise? Okay. Das ist ein Schreise. Richtig, ich bin für die Hüko-Hüko. Richtig, ich bin für die Hüko-Hüko. Aber, du bist... Natürlich, ich habe es nicht wissen. Warum? Wie ist das? Wie ist das? Was ist mit einer Familie? Yuko-Han hat mich geholfen. Ich bitte. Ich will Yuko-Han. Was ist das? Aber ich glaube, Yuko-Han hat mich geholfen. Okay, dann gehen wir zusammen. Auf geht's! Ich muss Geld wissen, wo... ...lang will. So, ich hoffe, Yuko-Han hat mich auch nicht gemacht. Und weg mit dir. Das überlebt es nicht. Das habe ich auf der anderen Seite verpasst. Oh! Nice! Ich bin zwar nicht. Ich bin von der đâu. Das ist mit einer Familie. Jetzt müssen wir eine Frau. Das ist mit einer Frau. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier Plan. Ich bin hier. Das nur, weil ich unbedingt wissen will, was da hinter ist. Das ist schön, dass sie im Level steigen, aber jetzt muss ich erst mal auf die andere Seite rüber gehen. Vielleicht irgendwas um Digimon erstmal. Ausrüstung. Natürlich nicht. Ich werde mir gleich auch fallen sollen. Okay, ich werde jetzt mal wieder am Schluss kommen. Wow Das ist ein Geist! Geht, Geht! Manchmal ist es in der, ich sehe. Das ist ein Geist! Geht! 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 Da reicht ein Digi... Habe ich das eben richtig gesehen, dass er da ein Digimon nicht weiter levelt? Schau mal, ich könnte jetzt so leicht hier rüber gehen. Dreimal wieder Belegungskapsel. Immerhin. Geht jetzt da so schön geradeaus laufen. Nein, aber da muss ja unbedingt das Gitter den Weg versperren. Weil es ist ja nicht so, als wenn der Weg hier über das Quo lang wäre. Also, das ist ja nicht so schön. Da ist ja nicht so schön. Die Schadenwende Die Schadenwende Die Schadenwende Die Scheadenwende Komm schon weg mit dir. Ich habe mich von gehört. Okay, ich bin gleich jetzt hier geradeaus. Jetzt kann ich es nicht so aus, als wenn sie mal eingedrückt werden. Okay, ich habe mich von gehört. Ich habe mich von gehört. Ich habe mich von gehört. Okay, ich habe mich von gehört. Ich habe mich von gehört. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal hier. Ich gehe jetzt mal hier. Okay, ich gehe mal in die andere Richtung. Ich meine nicht, dass ich wieder irgendwo was verpasse. Ich glaube, beim ersten Durchlauf war es mir sogar egal. Ich gehe jetzt mal hier. 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 in Ramon-Itali. Okay, jetzt kann ich auf der anderen Seite lang gehen. und dann auf der anderen Seite wieder hier links runter das ist ein elendlanger Weg hier Oh, dahin könnte ich einmal wieder zum Dings Geil, noch ein Sprecher Geil, ihr seid schon welche mit eurem Hinterhallen Lass mich nicht mehr davon aussehen! Ich bin ganz sicher! Ich bin ganz sicher! Ich bin ganz sicher! Ich bin ganz sicher! Wie kann ich den Barschland? Ich bin ganz sicher! Ich habe mich gesehen, ich habe mich nicht gehört. Okay, aber dann wollen wir doch mal mehrere Kurs vorbeischauen. Immerhin haben wir jetzt ordentlich Speicher. Wir könnten noch ein paar Freunde mitnehmen. Nein! Nicht jetzt! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall! Wir sind ein Wettbewerben, das war uns. Ich bin der Fall. Zum Mittel Auch zum Digi-Lap Zuletzt fünf So weiter ist kein... Doch, hier Zu Grab, Mon Zu Grab, Leomon Und dann will ich dich haben, Cyber-Leomon Okay Zuletzt fünf 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 Das habe ich gleich mit der Kameradschaft. Gehen wir bitte auf Fahrmittel 2. Futter wechseln. Das sind die Werte für Kameradschaft 24. Ich glaube es sollte reichen. Jawohl! Perfekt! Kameradschaft 50. Oh, das könnte ich hin. Okay, jetzt geht es erstmal weiter in die Richtung. Wir sind da. Aber es ist natürlich ruhig. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Die Reise der Reise. Ich bin da. Ich bin nicht sicher. Das ist nicht möglich, okay. Manche Menschen zu kennenlernen, das wögel zu tun ist. Ich kann sagen, dass ich sonst keine Probleme habe. Ich bin doch auch als Lohiel der Gieber gegriffen, was du wirst? Ich bin doch nicht so, dass ich mich nicht behebbar sind, aber ich kann nicht die Menschen zu schüren, was ich verletzule? Er ist doch auch nicht die Welt, was ich bin. Omegamon der Entfernung ist, Omegamon. Beide da werden auf einen Menschen hier sind. Er ist nicht so positiv. Du kannst du... Mach... Nokio... Fähig ist es hier. Was... N... Was... ... ... Es ist endlich... Es ist endlich der Zeit gekommen! Nichts... Er hat sich bereits mit dem Plan... Es ist schon bald! Okay... Ich habe das hier schon fast vorbereitet. Äh? Nein, nein. Ich glaube, ich glaube, dass ich mich sehr beschäftige. Ah? Ich habe mich zu sagen, dass ich mich nicht sagen. Es ist schlecht. Herr Hrata, wie soll ich es? Wenn ich mich, dass die Allerweil der Welt der Erlangenen, die ich mir für dich, sind, ... Ich bin der Kiste, die ich nicht vor. Ach so? Gut. Aber auch wegen der Grund, wo ich sage, was ich jetzt nicht mehr zu sagen, was ich hab in den Gedanken. Ich bin der Kiste der Gisben-Hitschwein. Ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste, die ich richtig mache. Ich bin der Kiste von Kiste von Kiste. Ich bin der Kiste der Kiste. Das ist möglich. Ich habe immer noch einen Gebet für die Edeen. Sie haben die Flüchtlinge geöffnet. Das ist möglich, dass wir das Gebet für die Verlust-Kirchen haben. Das ist möglich, aber die Edeen zu eröffnen. Der Gebet für die Edeen ist die Geschichte und die Edeen der Vergangenheit. Ich habe noch einen Gebet für die Edeen. Ja, was ich? Ich habe da einen neuen Stamm für die Welt. Ich habe mich mit dem Gebet für den Edeen. Ich könnte euch wiedersehen. Du bist so ein neue Traum. Du bist so ein Traum. Du bist schon ein Traum. Ich werde dich jetzt mal ein Ratschern. Du bist so ein Traum. 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 Die Welt hat den Trenzen gescheitert! Er hat die Trenzen gescheitert! Er hat sich Gefühl, dass die Welt auf digitalen Ich will nicht nur die Zeit, der so viel Zeit ist. Wie ist es, OMEGA-M guy? Ich bin auch die Hölle für Royal Knights. Jetzt sind wir nicht. Wir haben diese Befehlungen. Wir haben das Leben. Wir haben das Leben. Wir werden die Menschenleben. Ich fange auf. Ich bin der Lust. Ich bin der Menschen sein. Wir werden die Menschen haben. Das war ich für den Kostner Quatschun, der ich auf den Kostner decirte, und dann habe ich, und dass sie alle teachen, und dass sie besagt hat. Es ist ein Kostner Real-Knighter, in meiner Meinung, der ich in der Kворse der Suchen Acht. Ich bin wirklich der Kostner der Aufgabe der Kostner. Was ist das? Oh, Megamon ist ... Oh, der ist der einzige, der ein bisschen Schaden veranstaltet. Ich hab's auch mit dem Mega-Level zu tun. Ich hab hier keinen Mega-Level-Digemon gerade. ... Das war's für mich. Okay, davon habe ich bloß einmal. Ich sollte es nutzen. Na, danke. Jetzt wird es wie von Vipiros. Das heißt, Serum-Digimon brauche ich. Ich bin der Angst. Verwöne! Ich bin der Ahnung, das ist das Gleiche. Hm. , , . . . . . . . . . Ich bin so einig, was ich? Hahahaha! So, du weigst, dumtige Menschen! Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! Ah, ach so! Sie haben uns ge- Na ja, na dann! Zeit, Yuku zu retten! Bacana! Sieben, Nodokkak! Uaah! Aber... ...dag... 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 Ach so, ich bin ein Mist. Ich bin vollständig mein Mist. Ich habe keine Angst. Ich habe mich überrascht, dass das Schlimmste zu verhindern wurde. Das ist doch gut. Ich habe mich überrascht, aber... Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Yuku-Han! Oh jei! Natürlich! Natürlich! Als ob wir das zulassen! Trotzdem könnte es ein langer Kampf werden! Ja gut! Dann lassen wir den Digimon mal kämpfen! Ja! Ja! Ich habe fast einen Fintel abgezogen! Fast! Das Viech hier ist auch hässlich! Ja! 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 Ich finde es ja süß, dass sie sich gegenseitig heilen! Ja! Aber wir könnten wirklich echt versuchen das Viecht! Ja! 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 Erstmal... Das hier! Das P-Spray! Ja! 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 ähm äh Waffe Schlafheilung Schlaf 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 Wo ist dies? Und auch Schlaf 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 Ich muss das Fisch. 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 Ich muss das Fisch.